Herzlich Willkommen zu Anlegen mit Weitblick im August mit unserem Chief Investment Officer Philipp Merck. In den letzten Wochen war es ein richtiges Auf und Ab an der Börse. Eventuell habt ihr euch auch schon gefragt, wie man in so einer Situation reagieren kann. Und dann seid ihr heute genau richtig. Philipp, was war in den letzten Wochen besonders erwähnenswert? Ja, tatsächlich waren die letzten Wochen an der Börse intensiv. Und wir sind sozusagen mit einem Knall in den August gestartet. Wie man auf dieser Grafik sieht, hat die Märkte vom 2. August massiv an Wert verloren. Auch noch vorhin der japanische Markt, hier auf der hellblauen Linie. Der hat zeitweise fast 18% verloren. Aber was wir auch sehen, ja, man hat auch wieder aufgeholt. Man ist fast wieder auf den Kursen wie vorher. Daher noch nicht ganz, aber immerhin hat man doch beträchtlich wieder aufholen. Und jetzt, was sind eigentlich die Gründe für die Schwankungen? Ja, das sind eigentlich drei Gründe gewesen. Erstens sind das Konjunkturtaten aus den USA, die schlechter wurden. Einerseits hat die Arbeitslosigkeit zugenommen. Die sind ja auch noch weniger Stellen geschaffen worden. Und andererseits hat sich die Stimmung in der Industrie massiv verschlechtert. Also der Wirtschaftsausblick, der abgenommen hat. Zweitens haben große Tech-Werte, viel schlechtere Zahlen publiziert, als man das erwartet hat. Und dann haben sie auch noch schlechteren Ausblicke gegeben. Das ist z.B. Microsoft, Amazon, Intel. Und zu guter Letzt hat die japanische Notenbank Zinsen erhöht. Das hat dazu geführt, dass der japanische Yen um seitenweise fast 10% zugenommen hat. Das ist schlecht für die stark exportorientierte japanische Wirtschaft. Und andererseits war es auch schlecht für die Markteurnehmer, wo die Carrytrades eingegangen sind. Die musste ich nämlich auflösen. Wie hat die Postfinanz in dieser Situation reagiert? Oder anders gesagt, wie sind wir in dem Vermögensverwaltungsmandat positioniert? Ja, wir haben ja schon länger darauf hingewiesen und befürchtet, dass in den USA ein Abschwung kommen könnte. Dementsprechend sind wir bei amerikanischen Aktien mit einem Untergewicht. Das zu Gunsten von Schweizer Aktien und Schwellenmarktaktien. Und dann haben wir auch in den letzten Monaten Umschichtungen vorgenommen von den Gross-Titeln, von Tech-Titeln sozusagen auf Substanzwerte zu Value-Titeln. Und was wir jetzt neu gemacht haben, ist, wir haben Obligationen in den USA dazu gekauft. Weil die langen Obligationen in den USA zahlen eigentlich noch einen schönen Zins. Und jetzt, wenn die Wirtschaft zurückgeht, werden die Zinsen gesenkt werden. Und dementsprechend würden die Obligationen noch an Wert zu nehmen. Und zu guter Letzt haben wir im Geldmarkt noch eine Umschichtung gemacht. Von Schweizer Franken zu japanischem Yen. Und was sind hier genau Gründe für die Investitionen im Yen? Ja, für das habe ich eine Grafik mitgebracht. Hier sieht man das sogenannte Kaufkraftparitätenmodell von Schweizer Franken und japanisch Yen. Übrigens ein Modell, das schon ganz lange existiert und eines der etabliertesten ist. Das reicht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Und was man hier drauf sieht, ganz rechts, der japanische Yen ist mittlerweile extrem unterbewertet. Oder anders gelesen oder gesagt, der Schweizer Franken extrem überbewertet. Das bis zu 60 Prozent. Jetzt kann man natürlich auch sagen, das ist schon länger so, wenn man die Grafik anschaut. Das ist schon fast zehn Jahre so. Aber unterdessen ist natürlich die Unterbewertung, je nachdem wie man es anschaut, so massiv geworden, dass das einmal drehen wird. Und dann sehen wir noch ganz ganz rechts, dass auch das Momentum jetzt gekehrt hat. Das ist das, was wir auch an den Märkten beobachtet haben. Der japanische Yen hat wieder an Wert gekommen. Und dementsprechend kommen wir davon aus, dass der japanische Yen zurückkehren wird. Und wir können den entsprechenden Gewinn einfahren. Jetzt bleiben wir noch gleich beim Thema Japan. Du hast vorhin auch die Carry Trades erwähnt. Das war schon ein grosses Thema in den Medien und hat entsprechend zu viele Kundenfragen geführt. Kannst du uns hier ganz kurz und einfach erklären, was das eigentlich ist? Ja, einfach gesagt nimmt man in einer Währung, in der einen tiefen Zins hat. Hier jetzt eben der japanische Yen, der hat fast null Zins, nimmt man Geld auf. Man verschuldet sich also und tut auf der anderen Seite etwas in einer anderen Währung kaufen, wo man eigentlich entweder einen höheren Zins bekommt oder sogar viel mehr Ertrag erwirtschaften. Also man kauft zum Beispiel Tech-Aktien. Und genau das ist passiert. Und jetzt klingt das nach einem guten Plan. Aber there is no free lunch. Schlussendlich, wenn die Währung eben kehren, in denen man sich verschuldet hat, wie jetzt der japanische Yen, der nimmt auch die Schuld zu. Also die Schuld hat fast 10% zugenommen. Und auf dieser Seite sogar noch Tech-Titel an Werten verloren. Also das, was man gekauft hat. Und so haben ganz viele Marktteilnehmer ihre Carry Trades eben auflösen. Vielen Dank, Philipp. Danke, seid ihr mit dabei gewesen. Wenn ihr auch mal Fragen rund um die Finanzmärkte habt, zögert nicht. und meldet euch unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.